ja hallo in der letzten folge haben wir endlich unseren automatic hammer und der brutzelt hier ein bisschen aber das bietet müssen zu langsam vielleicht haben wir jetzt ein bisschen kohle bekommen für uns einen tollen generator das sammle ich nur eben schnell ein so das bietet erstmal keine rolle für jetzt zumindest wir schauen nämlich gleich erstmal unser quest buch nach ob da vielleicht irgendwas jetzt neues gibt hey die giskanne will ich gar nicht direkt sogar zwei christ okay hier haben wir eine christ 64 mal da ist wo haben wir noch eine quest ich habe hier irgendwo eine quest freigeschaltet aber keine ahnung wo vielleicht hier oben nein sky farm auch nicht tinker story das stand doch eine quest fertig wo haben ach hier unten okay es ist geil ach ein skyblock stimmt ja stimmt ja da habe ich ja beim händler vorhin wo ich offline gewesen weitergemacht habe eben nur geschaut ob ich da vielleicht andere angebote bekomme der prozent hier der hat hier noch nichts und du gehst dahin so jetzt gucke ich mal nur ganz kurz transport not wo haben wir dich da haben wir dich okay wir brauchst dann das redstone haben wir komm schon komm schon transport bei wir brauchen ja das machen wir jetzt weil wir müssen es ja irgendwie automatisieren weil ich kann ja nicht jedes mal dahin rennen und sagen komm so sechs stück ne warte mal 363 ja passt sechs mal stone sieben acht stone brauchen wir ein bisschen glas glas haben wir stone slab haben wir auch noch wo ist unser ofen ach ja stimmt ja der ist ja hier vorne dann nehme ich so lange ein übergangsofen mit das nehme ich auch mit weil dann können die das ein bisschen brutzeln 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 und wo packe ich mein ofen erstmal hin so hier packen wir erstmal mein ofen hin und der brutzelt uns das hier haben wir noch mal neun mal kohle weil da muss ich ja auch die ganze zeit immer nachwerfen so 64 das das ist so mega geil dann brauche ich das schon mal wieder nicht farmen 11 geht da rein zweimal stone doch wir machen das 100 pro automatisch transport bei ok 3 redstone haben wir genug und kommt da mal raus das war ja so ach ja erstmal brauchen wir die stone slabs so so der kommt da raus so und so acht mal dann brauchen wir ein redstone block ein wollen wir hier nicht übertreiben ich glaube dann haben wir das eigentlich fertig transport redstone zwei stone und eine chest komm gib mir ein bisschen cola der bedeutet auch ein bisschen cola brauchen wir nicht alle ein bisschen cola so holz ich brauche noch zwei chests die kann ich hier raus nehmen und den räume ich da rein komm her chest wir wollen ja keine zeit verlieren ich schlafen und wir schlafen und wieder eine runde wir brauchen schlaf so transport transport da kommt einer hin hier kommt einer hin da kommt zwei hin ein stone hier hin eine chest dahin und wo ist unser anderer stone da haben wir sogar glatt vier stones und transport wir haben ja hier auch noch so eine schöne so jetzt muss ich ganz kurz nur überlegen reicht das wenn ich den so hinsetze so komm es dann rein müsste eigentlich funktionieren zack der geht hier rein wird durchgesiebt ja man wir haben es das erste automatisiert super besser kann es nicht laufen wir brauchen noch updates dafür damit das alles ein bisschen schneller geht update ingrel ok kohle das 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 habe ich da nicht noch einen von ja einen haben wir dann noch von ingrel haben wir auch noch elektrom nuggets haben wir auch noch tja dann würde ich mal sagen bauen wir mal eben noch schnell einen davon kann man ja nie genug von haben doch so speed ja und wir brauchen ja die schönen sachen nochmal das haben wir den haben wir redstone haben wir nur suchfurch haben wir nicht das ist schlecht ähm war das nicht ja das war glaube ich kohle durch sieben ja das war kohle durch sieben komm schauen da habe ich nur noch einen kohle so ach der geht ja gar nicht durch nein und der hat keine energie mehr dafür schade ah wir haben ja noch unseren grinder komm vielleicht haben wir auch jetzt direkt schon glück und wir haben das was wir wollen sonst muss ich netherrack machen leider haben wir es nicht ja jetzt kommt erstmal hier speedy gonzalez rein so da haben wir dort 5 packen die da rein und solange da oben ja noch nichts ist machen wir das auf 8 jetzt achtet mal wie schnell die zeit da oben läuft zack 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 alles voll einmal mein inventar ein bisschen reinigen hier packe ich aluminium rein hier kommt der rest rein und diamanten zwei stück drei sogar wir brauchen nur surfuhr oder wie das schöne zeug auch genannt wird so flint du kommst hier hin bauen wir das kann alles hier drin sky stone rein damit elektronom kommt doch mal wieder da rein ja das lassen wir so flint können wir auch da wieder rein tun was habe ich denn hier noch ok dann lassen wir die sachen erstmal hier so da machen wir jetzt genau den sprengler baue ich mir jetzt als aller aller erstes iron iron wo haben wir hier noch iron iron 8 das ist schon mal super hier habe ich nochmal 10 iron zack damit ich auch nicht jedes mal zu meiner pflanzen rennen muss und das noch ein bisschen mehr beschleunigen muss zweimal sand wir kriegen das hin jetzt geht's hoffentlich endlich mal richtig los gold iron chart ein bisschen zu wenig einmal noch mal sortieren haben wir hier noch irgendwas tin nickel silber gold gold haha leider nicht aber das stört uns ja nicht so vier stück haben wir hier noch iron aluminium ingles ok hier habe ich irgendwann ingles weil ich brauche für mein ja leider müsst ihr wieder zurück komm mal mit für den sprengler brauche ich elektro ähm brauche ich einen zaun wir gucke nochmal sprengler ich glaube dann brauche ich das iron iron und iron und iron ein bucket habe ich ja aber noch einen zweiten das ist jetzt ja da aber mit milch drin das ist aber nicht so schlimm ok habe ich hier noch ein bisschen iron nickel 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 körper bauen wir bauen wir iron haben wir hier nochmal super 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 und alles ohne energiequelle das ist doch mal mega okay was heißt ohne energiequelle wir haben wenigstens wie heißt es den generator der für uns minimal strom besorgt kamen drei stück drei vier ein brauche ich noch so war ja ich wollte ja einen zusätzlichen einmal noch machen dankeschön jetzt haben wir zwei hier kommt einer hin das war doch jetzt so ne der kommt dahin der kommt dahin da oben kommt holz hin natürlich haben wir kein holz kommt her zeppling habe ich dann noch von weg damit und wir haben holz und setzen noch ein hin das siebenmal holz direkt das ist ja super du kommst jetzt mal her und jetzt schauen wir uns einmal ganz kurz an wie der überhaupt funktioniert weil ich habe da keine ahnung von kennen die sorte vom sprinkler noch nicht kam wir müssen da hoch so wenn ich den sprinkler jetzt geht das gar nicht es geht gar nicht ach jetzt hat's klick gemacht der muss andersherum so du kommst her der müsste ja rein theoretisch unten angeklebt werden jump jump einmal ins wasser statt die mitte ja wie funktioniert der sprinkler nee der muss doch eigentlich so dran muss ich den vielleicht hier nochmal funktioniert der jetzt so nicht wir schauen mal ob da vielleicht noch irgendwas zu gehört wie heißt jemand nochmal the great craft nee das ist auch falsch ja da ist es doch sprinkler ich denke nicht dass ich irgendwas anderes brauche der vielleicht zu niedrig ist oder ich muss den hier drauf setzen durch hier im wasser wie funktioniert der wie kann ich denn setzen schitte das ärgert mich jetzt aber ein bisschen muss er noch irgendwie setzen können ein sprinkler der vielleicht nein brennen muss er nicht muss da wasser rein wenn ich den da hinsetze wenn ich den da hinsetze und einmal wasser ne das muss auch so nicht springt klar ja den haben wir doch auch mensch 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 wenn man denkt es läuft perfekt und dann geht es doch nicht zauern vielleicht aber ich lege mich mal schnell schlafen ich kann ja schlafen wenn es nacht ist und kann ich mir auch nicht vorstellen oder der muss auf erde gelegt werden wie funktioniert das das ist hier die frage schade ja komm lege dich jetzt schlafen es wird doch dunkel ja vielleicht wisst ihr es ja wie ich das hinkriege dass ich den sprengler benutzen kann weil egal was ich drücke funktioniert nicht den räume ich dann jetzt erstmal hier in der kiste und wenn einer von euch eine ahnung hat wie es funktioniert schreibt es bitte in den kommentaren damit wir dort schon mal weiter kommen so jetzt sind wir hier wir haben das alles schon fertig ich habe aber gesagt wir machen bei nö wir machen jetzt hier weiter da kriege ich nur den von wie kriege ich jetzt ah nein nein ich will jetzt wissen wie dieser sprinkler funktioniert dafür brauchen wir dieses buch schauen wir mal nach ahja da haben wir dich ja ich brauche croc da brauche ich einen bock auf qualität aber davon habe ich gar nichts das buch können wir auch noch nicht machen mensch da machen wir power grind jo wir brauchen energie wir fangen an mit der energiezelle aber liebe leute wir sehen uns erst in der nächsten folge wieder wenn es euch gefallen hat lasst ein däumchen da oder auch vielleicht ein abo und noch eine kurze frage wegen dem sprengler entweder bis dahin habe ich mich schlau gemacht oder schreibt es in den kommentaren wir sehen uns ciao ciao